Das ist Peter Unbehaun, der hat mit mir eben musiziert, hat seine Wette verloren Und der hat diese unfassbaren, schönen, kalligrafischen Dinge gemacht Also wenn ihr so ein T-Shirt gekauft habt, er hat es gemalt, da hat er geübt Wir haben ihm alle Zettel, als er geübt hat, entrissen und sie gerahmt Und das sind jetzt unsere Altersklassen Die muss er natürlich überreichen Ich hoffe, die sind richtig sortiert Wir haben große und kleine und dicke und dünne Oder ist das zufällig? Das ist zufällig, ne? Eine große B Eine große B Okay, die Ältesten kriegen die Größten So machen wir das Klingt nach einer Logik So, wir fangen an Der schnellste Senior, M35, Peter Feine, Lesotho Peter, bist du noch da? Vorne habe ich dich gesehen Jetzt wirst du so einen schönen Bilderraum kriegen Aber dann werden wir ihn dir zuschicken Der schnellste Senior, M40 Dieter Zielinski, BSGH Vergleuth 35, 36 Entregando Was haben wir mit dem kurzen Leben gemacht Dann bitte einmal alle umarmen So, er liegt links, Frau Freundberg, ja recht So, und auf drei machen wir Die Faust in die Luft, glaube ich diesmal, ne? Bill Nee, oder doch, unten verbeugen ist schöner, ne? Auf drei Auf drei verbeugen Eins, zwei, drei Einer, los! Ein Applaus noch mal für unsere Senior-Gewinner des 26. Barma GK, Alstow Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!